Wir haben von uns vertwiebelte Glouweserziehung und wir wollen wieder mit diesem seltschen Klaus gehen. Ich habe hier das letzte Eing von, wo wir wirklich kennen, an Frieden gehen. Ob Gott uns verloten, durch die Vollkommenheit in der Bühne leben. Als ich das Bild hier war, habe ich in deiner Klasse alle gewesen. Und mir scheint es nun ein wertvolles Bild zu sein und wirklich zu denken, dass wir die Lüten, an unsere Lüten, wo wir in der Bühne sind, an unsere Vertwiebelung, die wir zunahen wollen, an unsere Lüten, an unsere Lüten, an unsere Lüten, an unsere Lüten, an unsere Lütenhöhren, an unsere Lütenhöhren, an unsere Lütenhöhren, an unsere Lütenhöhren. Gott seine Lütenhöhren ist da. Wir denken, dass immer und immer, wenn wir die Bibel lesen tun und diese Klaus hat, wird wir broken, dass wir wirklich in allmacht haben, Gott ist, woher wir fast holen können. Und das ist, was uns hilft, von dieser Vertwiebelung loszukommen. Hier haben wir das Bild von unserem fleischlichem Leben, unserer Fleischlichemkeit, wo immer wir gebungen sind, versäubelt sind, wenn wir zunahen wollen. Und wir haben losgeladen, wir haben uns die Regie gedreht, und wir checken die Fähreweg nach Hause. Ich sage mal, dass wir die schmalle Striebe, wo wir durchgezogen sind, dort in dem Licht. Und wir wollen die Lütenhöhren gehen, um es klaar zu haben, und uns all diese Trubbels, all diese, so wie wir Plotisch seien, Gemeinde sagen. Ich lege das nicht so, dass wir das Wort Gemeinde, Plotisch Gemeinde, so bergge das wir tun. Wenn wir die Städte, wo Gemeinde landen sind, Gemeinde Geräters sind wir, und Gemeinde Speckers, was meint das? Das, so wie wir das Namen tun, und wir versäubeln uns mit diesem Gemeinde, dass wir wirklich den Anhalt von der Gemeinde nicht finden. Und wenn wir dieses Ding mal loslaten, wenn wir gleich mit Verzichtig zu sein, haben wir niemals so eine Lüe bringen, dass eine Gemeinde Gottes nicht wertvoll ist. Aber so wie unsere Gemeinde na, das wird er gleich hier rutsch bringen, dass dort auf sehr viele Städte verbiesten ist. Ich nenne das in unsere Klasse, das steht in unsere Gruppe, in unsere Kolonie. Weet ihr, wir haben viele Männer nicht, die wissen nicht, wie wir das von einer Kolonie und von der Gemeinde. Das ist alles eins. Da sind Älteste, da sind Preders, da sind Diakone, da sind Däuner, die sind ganz versäubelt mit diesem Ding. Gleich lang trägt, wie wir auf einer steht, und da hat die Älteste eine Bruderschaft angestellt, wenn sie eine Speckerschaft wieder hat, und da wird eine eine gehört in die Speckersch. Und da wird die Schärhöhle an die Speckerschaft zu einer anderen Gemeinde geben, und die Älteste will die oft sagen, du wirst mit den Schärhöhlen loslaten. So, da wird die Bruderschaft genommen. So, hier sind wir der Al mit diesem Ding. Ja, wir weten nicht, wo wir haben. Wir nehmen all das, auf Englisch schreibe, E-State. An das ördliche Ding nehmen wir an Gemeinden an. Und wenn wir dieses Ding mal loslaten, wenn wir persönlich mal Gemeinschaft kriegen, mit Gott, dass es hier sein wird, wenn wir dem himmlischen Vorder mal loten, die teuflische Macht, vorschlägen. Lassen Sie sich weiter mit dir. Wir wollen ihn mal loslaten. Und einmal ganz hierlaten, Gott in seine Handfoten, und gehen wieder. Leven da werden. Auch wenn ein Ding, wir haben vielleicht meist zu viel Negativet, aber wir wollen denken, wir kriegen noch das Positive. Wir brauchen das Negative zu sein, die Charaktie ist wie ein Schade von das Jezatz. Das Jezatz wisst uns, wo wir wirklich Sinn haben, und so sind vielmals das ein negativer Ding, wenn wir von dir reden, dann merken wir, dass wir wirklich eine genotende Lösung brauchen. Ich habe hier ein Bild, und hier habe ich aufgeteckt, von, ihr taucht ohne wahre Geburt, ohne die Verwandelung beleefd zu haben. Es ist auch ein gewöhnlicher Teil, wo wir mit Schäufe, mit unseren Plotidischen Menschen, die kommen und sehen, rot für ihre Träubels, sie sehen, rot für ihre Eure Probleme, sie sehen, rot für ihre Gemeindeprobleme, und sie haben nicht die wahre Geburt erkannt. Die Schäufe mit die Werke des Fleisches, die Worte vom Fleisch, dort wurde das Fall, und ich habe hier, an der ersten Eing, habe ich von Galater 5, 19, 21, dort sind die Werke des Fleisches abgeschrieben. Und dann 2. Timotheus 3, ein paar 5, dort habe ich anfangs das ein Klaus all, aber da redet auch von diesen Werken des Fleisches, wo der letzte Tät wird sein, dort ist das Fleisch allgepott. Und wir fingen in Römer ein, 25, 22, gerade erzählst du dir, es sind drei Städte, wir fingen auch mal eine Bibel von dort, und wir sind diese drei Städte, wo diese Werke des Fleisches abgeteckt haben. Und das sind die Dinge, wo wir klar machen, dass wir dort nicht ans Leben rütteln. Nicht das Tau holen, so viele Menschen holen das Tau, und das ist, was passiert. Wir sind in unseren Ordnungen nahegewarrnt, so dass wir dort in unserer Gruppe Hase rantert auf, und wir haben ein System, wort wir Brücken dann ins Leben aufranen hat. Dort fingen wir, und dort, der ich dort das System, dort ist nachgekommen, wir erkennen nicht die Unterschiede von der Genut, und von unserer Fleischlichkeit, fangen wir an, ein System zu formen, wo wir uns im Fleisch alle geweihten haben. Dort ist die Wahrheit, wort wir gehen. Wir haben eine Städte, eine Mial, die kamen noch an, und die fragten uns, wir würden mit ihren Jungen reden. Sie wollen sich taufen lassen, sie haben sich betätet. Und ein Jungen haben nicht betätet, und sie wollen sich auch taufen lassen. So, die Gemeinde, die sagt, wir können dich nicht taufen, wenn du hast nicht die Wahrheit gebührt. Und sie sagten sie mir, sie haben sich immer zu befreien, ihr Taf, also wird sie nun nicht. Well, sie sagten sie, ja, wir haben, aber wir kennen das nicht mehr. Wir sagen, das ist kein Schrift. Na, aber meine Mama, Papa will, ich soll die Taf sein, wenn ich sie befreie. So, hier, morgen, wie wir waren, hier war ein großer Druck. Sie wollen sich befreien, aber die Jungen wollen sich nicht betieren, sie wollen nicht sein Leben ändern, und sie hat, nun, was soll die Däune warnen? Und das ist ein Trubel. Die Äldre wird verstellt, über die Verstand, über die Däune, über die Predigt. Wo sie wohl jahnt, sie können nicht taufen, ja, sie ist immer. Dort haben wir so gehört, dass wir Däune nicht taufen, ohne Befried. Und das sind wir alle, frage ich nur noch, was soll ich Däune? Ich will mich taufen lassen, wie würde sie, aber mein Junge will sie nicht, und dann schaue ich uns nicht befreien, weil ich nicht taufen ist. Weil wir mussten von Ihnen anfangen, weil hier passiert, wie ja, sie dachte, dass ohne ihr taufen, befreien ist ein Sinn. Und ich sehe so viel, ich sehe, ich sehe Däune, dass sie in Form gesetzt, aufschreibe, ohne, dass sie getauft sind, als dass sie jeden Tag waren, ohne, dass sie waren geboren sind. Wenn es da finden, wird klar einen Schriftgrund verfallen. Ich finde keinen Schriftgrund, dass Weltmenschen sich nicht befreien zu haben. Da finde ich keinen Schriftgrund verfallen. Aber ich will nicht sagen, dass sie befreien und getauft haben. Ich will nicht sagen, bitte hier. Das ist im Harn zu sehen, und dann sie einen Partner zu sehen. Aber hier sind da wir ein System beenden, was klar wäre, die Tänien nicht befreien ohne Tafel. Und sie wollen. So in diesem System merke ich, wo wir sind, das wird viel beginnen. Aber ich fing an, dass die Menschen betachen ihre fleischige Worte. Das wird sie betachen und das hört immer an immer, dass wir alles betachen. Meine sind alle dort wissen ich von Gott wo ich nicht ein Ding in Stelle hole, so ich alles betachen. Und das ist das. Und weißt was nicht passiert? Die Erkenntnis von dem Sinn. Das wird nicht passieren. Sie kriegen nicht die Erkenntnis von dem verlorenen Toaststand, wo wir sind, ohne diese Genüht. Und wenn ein Mensch dort nicht erkennt, dann passiert dort, dass die Bläder und Bäume und Aster und Stab ist alles knippelt, alles hakt auf, und wir haben bloß einen Stab geloten. Und dann sitzt es erst mal. Das passt in ein System. Das wird haben post. Und dann leben es dort wieder. Aber wie weit wird es schafft? Wenn eine Kritsch steht auf Haken oder einen Baum auf Haken? Wenn dort ist, dann lasst ein frischer aus, nicht? Und das ist passiert in viel von uns Leben, und uns vertweilen, das stund. Dann wos das gewahrer rütt, okay, dann geht es lang, dann habe wir trübel, entweder mit de Fröre, mit myself. Weit nicht wie ich tun. Ich dachte, ich will beteet, kann alles trage mehr. Wo soll das beteet? Das hat manchmal nicht zwei Wege, dann voll wir an trübel nah. Was brauchen wir? Wir brauchen wir dass wir selbst nicht beteieren. Wir brauchen rauf zu hoffen. Und das wird hier aufgebläht. Unser Sinn ist im hoffen. Diese Erchantnis brauchen wir dass wir wirklich sind an Sinn der Leben ist im hoffen. Wir sind im hoffen gebläht. Unser Fleischel wird allein wird nicht die Aufmerkung wird nicht to riechen. Wir brauchen eine wahre Transformation. Wir brauchen unser Leben zu ändern. Und dass wir loslaten von diese verlorene Toaststand und wir ergeben uns an ein anderes Leben haben. Was sind wirklich das Fleisch? Das habe ich in diesen drei Kapitel gelesen. Was wirklich die Welt ist. Was eine Eier richtig hat. Was Hörerie genannt. Was Schalk genannt. Was meint das Wort Schalk hat? Nutzloset verdorbenet leben. Jetz ist abgenannt. Du hast Bosheit abgenannt. Direkt Boshaftig das meint anbarmhärzig dumm zu Menschen. Du hast Aufgangs abgenannt. Du hast Merderie abgenannt. Du hast Harder abgenannt. Du hast Lost abgenannt. Abgenannt. Jäftig du hast Ur Blaser Blüderie können wir sein. Du hast Verleumder. Verleumder meint die andere Fluchen dumm sein. Ud melken. Tusch melken. Verschiedene werden können wir brücken. Du hast einen Sohn Gottes weich verachtet und frevler so kann vram der wird wie nicht viel brücken kommt und striderie oder eine aneinigkeit und Hoffart gerott und protzig sein sei wir Plotisch stolz sein hoch mit rüm redig ever drieben wird wie sein schändlich alle hund das schändel die ding tun und alle angehorsam und vernünftig nicht trü sein leif los können uns nicht verzeinen und anbarm herzig und weit ihr das reet zu so eine menschen wo das sagt die weite dass Gott nicht ohne die gerechtigkeit Gottes kommt und sie weite dort das für tun du aber sie tun nicht nur bloß selbst dort sie freie sich wenn andere das auch tun so das reet nicht bloß von so wie seien welt menschen das reet von so eine menschen wird besser weiter und ich sage mal du sind wie ein bern wie als gemeinte so wie eine kolonie Gruppe das sind wie mit bern wie weite bete und das muss ich so viel stehen das sein dreck mit ältesten spaziert lang treng 20 jahre spazieren mit einem sage ich da ganz klar so ist dort in unser gemeint dort dort gleich kein Mensch das dort noch Christ ist dort sage ich dir ganz klar wie weite bete aber er kann nicht andere sage ich die nee ich glaube das kostet nicht andere aber was brugt wir frage ich habe ich klar dass wann ihr jene jungen tofen dass die waren geboren sind na das habe noch nie so gehört wir lernen dort aber wir können nicht behaupten dass ihr sind wenn wir können den nicht im harten entschätzen wenn die das versprechen dann sagt die bibel ab dem nomen da ich tofen wenn sie versprechen dass sie das haben und auf dort wird tot oder nicht wird sich am letzten Tag oben bohren eine Vertwiebelung wo wir leben eine Ansicherheit wo wir uns nicht treffingen das ist was wir so viel machen tun und ich sage man wie nicht klar hat wir ans harte lote ute reinge von bänen da wir in verlorene to stand sind und ich sage manchmal waren wir bloß lote ans harte ut reinge aber wir lote nicht ab fällen dann fall wie ammer waren da ne wir können noch alles betonen wir können auch nach to stand nicht so hoog mietig oder angst oder seht dort nicht dann ist dort scheine kraft wie verlegen gottes kraft und dort verursacht das Bild das wo viel von so genannte Christen bei Leben an angst an depression wie wir in eine am jänt wo die dokter hat gesagt so wort mir sagt denn ich will nur sein das ist 80% von dieser frühen sind an depression und und sagt das fehlt an präger sagt der dokter uns fehlen präger hier an der steht die fehlen nicht pär und die fehlen präger was meint dort das evangelium zu bringen die Freiheit an Christus fehlt uns zu vertellen woran war wir bedrückt wie sind in diese leu bahn wo wir nun ans olet lewe checken das ist so schrecklich das schein waag verrat kann im himmel kommen bloß hallo hallo habe ich verrat ob ich das ganze system mit ich bin getauft ich bin befreit ich bin gemeint ich bin am ober mal ich bin ich alles ist da ober ober schrecklich angst wo war hang mit me wenn wir haben nicht klar hat wir haben es nicht lot erfälle von dieser gnot was gott uns anbinden hat und hier bahn es ans twivel jett port wo wir leben do wie fing in matthias sass und fahrsch achndartig dass Jesus wir auch bedreckt aber wer wird das in rot annehmen ich will nicht verstanden dass diese bedreckt des sinnes überras in rot fahr die bedreckt nis Jesus ist gekommen dass wir diese heilung kriegen channen er ist bedreckt aber am dout so wie Jesus worum wenn die ganze welt sind lost koffer seien leeg ab an dort ist was heute feile können schein wann er bedreckt werden und er ging so wie das war um tritt wo er seht mein Gott worum hast du me verloten er feilt verloten von Gott der ist das sind los und das ist was er so schmacket bild gemerkt hat wo wir keine hand gehen das ist was Jesus da belebt um tritt wo er von Gott verlote wir bludrig geschlagen und nicht bloß dort im Ort verbrochen von verloten worden von seine ene jünger dort wird Gott nicht verachten so Menschen sind so verbiest und berupt sich ob das dort er macht nie immer mit verbrochen verschlagen hat mit lang betrieb das bedrückt das gesagt gingen wenn es das ist Gott und es will haben was ich was nee Gott will so eine Person rütt halten das was er will so hat uns in der Lage nicht verachtet dort wo er ins halbe kommt und dann sind wir in die teip loch an bern an es fehlt klar hat an es fehlt er chant von dieser grote gnud was wir nicht betrieben chanen durch all die verschiedenste rütt so was so ich name jemeinte trübbel und ich brauche das bisch von jemeinte geräupt dann ich verstehe was half geräupt zu däunen mit eine gemeinde nüsch aber wir sind verbiest da bern vertwiebelte bern wir fingen es nicht trage damit was ist die Welt die Menschen bü ab Gruppe nümes das ist der nächste time wie kall von reden wie reden von diese Gruppen heute ist schon ein best von in dieser klasse ich will noch ein beetje meia wie reden von katholisch oder pentecostel oder baptistisch oder mananitisch das sind Gruppen wo wir vertiefen doonen und wir geräuble neber wo es nur reich wo es reich wo stemmt mit de schrift wo stemmt nicht mit de schrift und wie betjekkend die woordje und weet wie vinge das schrift an die woordje wo die vrucht wo die boom tjaanen an die woordje wat die mens des sitst du wat he dat eerst johannes liet zu klo an wanne du reich des dan des du zin en die zin ist dat reich en wanne du reich des dan best du reich en do on woont die tjaanen gott sind en woont die tjaanen van teufel zijn so dat is al a reich of as do reich in de rado van tjaanen wat mensen doen en verzeker me met die no en dit is waar ik het gelijk van de vanaf te klare dat wie van deze grupper nomes en grupper geduien mollos laten doen en te de war het goene wo werkelijk deze radon passere dat van wat het ne gemeent jaf dat klare ah jo som de zein de elterste wat zich eindig dat voren bit lan schaipen en jaf het to ne frasche gemeent niet zo wat jef dat ne frasche gemeent wat je zo vertweefelt verbiest en dan do wie en scherden wel ik no jane gemeent die basta praten we eindig nr twa te voren en de andere want die basta wat dan walt jok want den ik walt jok do an wat niet je meent oefongen en ik kan je vertalen weet want wie ons faal me on van dit ik leef je war nil maas kraan nicht want het feilt zich bedreakt en negatief om dit alle te denken en nicht te weten wie tj en da he we rade van deze ding wat passiert wie waarde niet om lewe komen zes tot dit is wat zoveel menschen binget het in vertweebelung ben is het ja zoveel al beleef van menschen om me komen en rede van die gemeinte en ik zei dat me onze goe blöde ze kleef dat zent vond menschen op gemeinte er trubels anweiten als ik weet op ik zei gott geen wat dank wat ik dat vergeten kan dat me maar op een me mag dat hier en daar an zes zo goe even de predja die weet wo die predja is die weet wo die is die weet dem glach ik niet en dem glach en janem do ik ook niet en die is en koppig van satanische macht as wat daar met schoft die word glach want die ons kon verbiest het houle en deze zagen wo jy root kom met dat want die oren opmerks en gruppen eire pluderie dat's wat er heers dat's wat we aan waren doen dat's wat er passeren dat en er is a tiet van a welt zei ek as dit een grote poort wo die teufel ons wel bingen en ons vast merken en ons vertwiebeling en ik weet wat we gaan wel want al met veel mensen die niet had die zijn afgefallen want je mijn trubbel ik wie een meid zei ze ik zo lang en deze trubbel haan en trek en ze het goeg lang trek en men niet ekel me want ik is van die gemeente trubbels dan word ewe fall ik wel dat men niet uit lot dit haaf met een fleisch al je mens en want zo lang as we niet te wiesen willen dan ze we doen en ik wel even aan andere men niet te genomen want we zo veel verschiedene groepen we kenne zomer fell barris to ook knie a klou gemeente wat allemaal je alle aas dat je met ram reed dat zelfs je denkt doen reed ervan denken door even plonen door even nemen veel tiet komen niemals tot der chance van de woord het wie leren allemaal waag en wie kregen niet de grond vele mens zei zo go aks i en zo go die je mind bloos dit lach ik niet hij tja verspreken wie dat je mijn trot te zijn ik wens so wanne ik een jane gemeente tof je wie zei mijn predje to mijn mens ik wens wanne ik wanne die gemeente tof wat du is dan kan het ook zijn frie leven hab ik kan niet ik verspreken hier trot te blieven en hier man ganz moed ik so moed wo is wie eva en eva moed wie broeke op te waken wie broeke naar wad jong dat wie er tjaan en doen wat ons loos maakt van onze bongen het vele menschen dit groenze eva groepe en probleme waar zij zelfs er ene ha zij zend je bongen en weet je dit wat ik wil herkler want ergens wat van dit je traafd dat is niet bij de geme dat is hier dit wat ik wil vertellen hier is lees ungever en ons zo zei ik zo go twas in maan en fru wanne du in trubbel stijst en reet over dien maan or dien fru weet wo die trubbel is en dien hoort dit is harrlich ne gode norach die tjane dat los vorn jeslich as jeda persoon tweschen sik en god verantwirtlich wanne wanne werkelijk fred chrisch mat god en leefs dan tjane des trubbels ola los fallen du bruchste nicht ban san dat waal ik di vertal nu 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 in 1 kor kapitel 12 gön hier fing wie van deze gliederschaft we haven stommel bet jene anloten 12 te vers hier fing wie van dat wie ola glieders sind on en charpa wo jesus christus dit hop das blouse en kliem wat ni je die geven wo ik dat fing deze sied as zus ag glied dat ni jemeinde schoffen sol zus ni jemeind schoffen sol en hier fing we van deze glieder dat vi glieder waren on den charpa en hier wahl ik junt die bed sied er klären wat werkelijk en weetfall tink as an jemeinde te sen en ek wensch wie kunde dit bedriepen dat ni jemeinde in die soie weggeoorzaak as to sen want ek ook veel moel zei die jemeinde soos wie dat na en check wie a na wie loot ons binge van die en de oorzaak wooran wie dat doen as veel moel wens wie had jemeinde hierbo was ons kap wie ha christus uitgelote wie ha ons toe die jemeinde beteet wie ha ons toe dem älteste do ha ek verspreken dis ein älteste tritt te sen solange as ek lewe en dis jemeind dat is hierboan dat is wat we hier fingen doen en wat ha ek verspreken wanne du dem älteste versprekend is wat ek veel fingen do is ek ha dem verspreken os en glied te seine an die wel ek gode woordje brengen ek leen me an dat wat de älteste lerend het en gemeind en hul me an dat vast dat wat to reken wans dat heit zo hij predigt de bibel en dat is waar we aan glijven zel over als de erluisungsplan en de genood nicht levendig dat bloes false on de gemeind joh en wat ek hier ving en eerste korinter 12 vers 12 hier ving we dat wie glieder worden an en tjärpa wie Jezus Christus dat hoopt is Jezus haf goven uit je geeft ou God haf goven uit je geeft wat deze glieder brok getjen toe des lief Christi functioneren melken dat is Jezus wat die goven geeft dat is God wat ons die goven geeft wo met het functioneren het en hier haf ik dat dit se haf ik dat bet klare heme Christus is dat hoopt we wans mon clean bet je nan lot de wou en charpa schoft ek ha en verstaunt en dat verstaunt dat sagt eerstens nekt no min control verstaunt en dat control verstaunt dat schocht en mensache no min hoon wat ik dat des hoon kun seien ak si en glied on dis charpa wens si om charpa oi wassen ober wan des hoon sig nich wud rechten ober verstaunt seicht dan kan san wud het nicht functioneren en dat wat wie veel maatjen doen en gemeentes de glieder rechten zich naar dat wat de oom zegt wat hij te doen haft en aan der hand he on trouble snou woeraan wens van mina hand blust uit wat mijn charpa zegt en grote glack is mijn charpa kon ich moe zijn en dat is ook een grote glack dat een gemeente niet kan dat is Christus of een gemeente versiekt wat is dat te doen en dat wat ons veel moe trubbel schaft want wij den preja wat daar de boodschaf brengen dat en je kan het nu om me wiesen want je de boodschaf wat ik hier van doen brengen doen als van mij nemen doen en niet de connection om kap haar dan word je niet halpen je broek de jesel je führung de bende dat het functioneren dat van jen jes nu gottes jes dat zwoordat kan ontfangen te wriken en dan haf got dat je merkt dat het hier zacht is de verschiedenste glieder viert en feft in de vijer zacht dat de charpa as tobt je merkt van verschiedene glieder zo sit jes we kunnen so gove he haf sam gove gejeft wat zacht dit do peridjast te zen he haf sam gove gejeft diakone te zen dat zacht ik krak zo bwag mag des bis spelen he haf gove gejeft seils te zen he haf gove gejeft on leher te zen dat haf die alle je doen tem wat om dat des charpa functioneren so dat soll functioneren en hier zacht dit hier zend ure hier zend feit hier zend hang hier zend uren en och veel maja glieder en weet wat die sind alle am connection met het verstand met de kap wanne mens de kap niet klaar is wat dat de mens weet wat wie ha een groot dachten wat het kontrol verstand niet schaft en dat zain zaa fijn het biespil wanne er verstand zaa ik de hans al wat ne me dan dat de hans is dat na nam te dat do dat wat wat niet funccioniert zo sit in jesel wanne wie verseke zas wat as christus is hop to ha dan wor is som ding niet funccioniere en dat wat veel mo pas hier net wie kon en trubbelst na wat bluss niet schaft wie ha en onze betierung zes wat na han ha wie niet onze sinde losgeloten wie han ze wer kreis losgeloten ober die lust de angst de hoogmiet die is de hoog gebleven wie dat er nogma an z en hoogmiet onze beteantmisse zoi schmack miet ek was zo fein beteant dat wan die man wat a brudersho sei wat met mie stet dat het wat goed sei dat wat veel passieren dat ober mi is angst wat ik niet was zeer nog beteant dan wordt ook niet goed zijn dat ik wat een beetje oe merken dat ik zeer arm dat wat schoven dat is dan al deze ding weet wat dan zeer wie niet woher het dan as dat we brugge los to loten dat deze glieder reich funktionieren jeder glied wat we ha as on je connect om kop dat is interessant wie ha nog zo go som glied wat we gaan worden en ik weet niet moe mijn vrouw zo veel klik als die aan en ik liem aan mij van haar en ook van dokters veel van deze ding want we de hoop dingen er tjane doen onze hang feit en kap en boek en wat we ha wat we van biet zijn niet ha dan zijn we al te vred op wat het alle schoeft en ik nog een klein wat is de heil ja is en dat doe ik vergelijk met die mensage machine wat we ha van verstaan naar hand dat is ook een ding wat een dokter niet moet testen kan wie fengt alle hand narven op van kontrolverstaan naar dine hand dat die hand kan zes dit doen kreik zes dit verstaan zegt do as wat leven het ben en zo as de hell je is do as wat leven het wat we vengen doen wat dit functioneren maken dat en dat we dit werkelijk moet zijn we zijn een krepa en christus oude by christus wat we dan willen en dat functioneren van christus dan geeft dat een gemeente dat we van dat een krepa geeft en dat dat wordt je gemeente gelijk van gemeenschap her dat wordt gemeenschap als een ding wat adam en eif had dorth verleer en dat hij dan moet ewig het moet worden moet gest en die gemeenschap die fangt aan te functioneren hoe christus dat hoopt is dan fangt dat aan te leven dan zegt dat we niet gemeente soll zijn dat heil je gest die laat den broder weten dat einer wat zijn vinger haf plaatje tielt goe du haan en help hem tussen die en am alleen met fout of dat weet dat deze hand de der opmerkt dat 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 zijn dat 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 automatisch dat gebruikt het nog leven en hoort en mel en alles gebruikt het om dat dat kan dat dat weet dat is niet neudig is alle zei gaan goe meinde dan zes de goe charpa dat 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 is een karan gehaald die hoort op te bingen of de vlecht vlecht de vinger op neem en zes wordt schwoord en wanne dat de vrol is dan lot de vinger afhaken tot speter een glied afhaken en weg schmieten als dat de goe van charpa kapot het dit is een biespel wat we broek en charpa functioneren zal en wanne wij ons hier ne loten en onze vertwiebeling met al deze verschiedene herten wat er zijn losloten dan wordt veel dingen anders schoven als die doen en weet je wat waar we denken na wanneer wo die gemeente dat nog zijn hier die kost losloten daarvan dan best du glücklich en er zijn zoveel ex dat er zijn zoveel gemeentes wat daar leven doen in loren wat die was daar zijn zoveel breiten en zester wat het hallo geloten en du geliefst die zijn alle zo wens du best zo want du moet losloten free worden maar die ne frese ne gemeenschap kregen met breiten en de biebel en we waren alle verloot om christus dienst hal we waren hier hundertveldig teruggegaan dat is wat du was losloten van deze trubel en de gemeente hoe leven is mens zijn die zelfs maar is een gemeente hoe leven is dit hebben we beleven dan is die gemeente toop gesteld van wat eerste apostels profiten leeren wunderteter doktors helper regierer en spreken uitleaier hier jank had mijn klein beetje van te reden dat wie hier ook klare het schreef wat meint dat ha apostels kan wer van dowschen dag nach een apostel worden do like leave you en profite kan dat nog ja deze gove haf got door dat is nog een time waar we vertweefelt zijn wie weet niet wie de hans al doen en lera so kan denken oh jo ik had die gove to leren op wat kon ik ik zie een system ben ik kon niet weet je god haf de we op van ons want die was werkelijk truf worden en losloten van de system en gano dat kan ook het ervoor zijn wanne we truf zijn en gano die der wat god opmerken dat die voert die do haan wat hij wil ha en die voert die do haan met dat wat die anleggen is veel mal hebben die anleggen wat we niet weten dat van god dat is van teufel haf ik niet dat zelfs je dacht dat is dat dat is goed met die schrijft wie dat wat die klo haast dan wacht die zelfs vinger als dyn apostel baes en profite baes en leera baes en wonder tater baes a vleih en doktor dat ondre ding wik wel van rede wo zijn die haan wie die do saai ik maimel to hans alle gemênd is a glijv wie haan niet alles wat wie hoog wie na kwa to bies pa en tater sien verscheiden ober sam wie plo dit ja meis sens predja in die akkoon ja dat we alai wel wie hier wo het jo glij hans ab te wate moeg wie wan wie en predja wélen wat wie wélen dat de jes gott is open boren wat ans veld in de gemeinde ou da vans bloes einig in veld na heim predja wen so zent te vane in dat veld dat de vorema ma ma tjano oft tjano ha tjano tjano aker en farmer en boren en de ha so drugg wélen 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 so an ziel vare vare die negatieve sien no det andre en so would ik say en de dyn a shaf an vat nan wélen joh predja die a koon wad emma da zent have you do apostel man have you do profite man de bebel red van dit meint dat nusht meint dat van dyl wat onders is dat die zegt ek wélen plus opwaken ek lief wie ving dit en weet die zent ook a joh moikt tot maak anze predja joh gans avends en ene joik redde een predja met mie ook van deze zah en die wolle dat predja boel haar en dan brachte wat een predja alle zult zijn en die brachte het zeer breit en zeer wiet vol ik zei tam dan ze boodschaf derg vier zei tam ik wouden in heine predig klagen van die te hier ik zei wat feelt aan ze te die haast van acht verschiedene goven opgenaamd en die zei zei alle ha ik zei zo'n mens ving wie go hen aan ze wat die goven alle haft nu feelt ons te woon ons feelt in de joik en ze eik weet kjain brode wat die goven alle ha die zei die moat alle ha oh do had ik niet on je dacht ober dan zegt nu wat mi wat klo he ho dat de ben zeil zorja zol die de predia zan dan zegt ek tom ik zei wan wende zi zo'n kik gedown dat zent mich alle zeil zorja na nee dat weet dat je beg toch mat is wat arig de feelt te beliedern de feelt mal nab te hal dat die ma de seil zorja zan denk se wat kost dat wende die gov goe ha dat zent weet volle predia z opra zent niet seil zorja en somat wie ticke nu des goven en dat je fin zent trubbel hoi sed berglig ik ha a lange trubbel je hood met po predia z wenn zich had zo klo dat predia mat zel zan en de zent nich de vore nich mense besikken de chav i nach zah zel zel de don dat niet de han niet dat en hier brugt ons wat op te dachen wo zent van wat je dat niet me van dat je ben en dan je bied han bied en ho niet waar we ab dat dit en veriglich deze ding wer zent die wat wunder doen ha hier moin predia seif en dorsche dache hieft niet moe wunder die wide bloes dan passie het to de jenga waar wo wo sa dat hier dan dat de wo gove zijn tum wunder doen ik zent no moe gove je bied dat mensen wat besonder goven han to beden hier sa ik rekke ja dat pracht dat dat to goven heilunga dat een gove heilunga te doen en die zent do weet je dat zent want die woor checken dat een einzige mensche die han gove moe een mensch te reden en te erklären wo die karp schoft en am ditlich te maken wo hij eten kan en nicht bloes dat zu goe wo hij koon zine zorgen zine depressioon los waren en er passere huilunga ik kan maar hem die zei plus en so ab het wat ik mijn frou doen had we al zoveel moet je maak we had niemals gedacht naar mijn frou jo ze as een dokter en nurse maar ik had me trouble maar er een beetje achter en so ik niet moe staan op we zijn ange worden door de zo zo zoi op wat we doen de persere huilunga van de mens me kan van zine weidag losloten van zine gebongen het en zine diesternisse dan maar eenmaal brugt hem niet de rege appareert een vrouw brugt niet het lief uitgenomen dat schoft en hij durft niet mei zich betouben wens de weidag zijn waag zo deze gowe zant wel wat de bruggen dat is wat een gemeente functioneren maakt regeer ah jo en wie ik weet maar in een gemeente werd mijn hand gekrocht om het problemen te schaffen en ik geloof niet dat ik dat erraag deed want ik schaaf niet aan die probleem en ik weet niet kreik waar ik had zult op die jane je werd had een letter je wild vroeg wat meen dat spreken niet leiden oh dan kunnen ze daar op de pinkst dag kunnen ze meen alle verstaan en meen dat dat niet geloof wel dat wat dat wat van mijn wat mij zeer kloos met spreken uit leiden is een verständnis haaf van de mening wat gaat zijn word zegt die ding moet door leiden dat mens dat verstaan kan ja dat brugt ne gof ik zei me bloes zo'n beeld jost dat oh dan zei dat ik zei dat ik schaaf met kindergaarden weet je wat dat meent van dames en dag zijn zo'n gore pretje wat dat zijn nis mi dat klo zijn pretje kindergaarden wie zei dat zei die gelie de over wie broek wat dat ons dat licht op gehet en die goven die havi die haf god uitgedeelt we hebben die moe op baad zo zitten dat even en even goeie lang treng nadat ze al vijf jaar treng een broder wat zich avond beteet had die reed to me van ik wad zo jern van haren wat doen maar ik weet niet hoe ik weet niet hoe gaan ik neem die goven wat wat daar op min en dat een broder wat je heem centra je had in frans pane dat een begoofde broder met bilden en mens erklärt dat man einer wat al je sacht haf dit man kon me verstaan en des gelijk saas er zeven moe centra je was en ik wil zijn nome uit loten en ik wil zijn charpe uit loten en ik wil luister klare dat got haft goven wat hij menschen geëwend het en wat er ruit komen het wo met menschen gehuilt en gerat worden dat wat de functioneer het van in en charpe traag nu de baas te goven ha jo wie zent maar hem zek ha moe een puntje treten maar mi ass het niet veel ik kan dat niet zo ik zei maar wanne du nog niet best en god sin level en je go wanne du die nog niet als god je 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 f moet van die is wat die hoog met weig loten die versterbende hoog met wat de wanne has en die is wat die heklerie los loten en werkelijk in god sin level goen dan moet een moe konzern de vengst ackers vol goven ik red vlecht to veel van mijn erforder dan zeg wat weet ik 38 joh dan zei ik moet mijn frou dichte daar heb ik moe kleine gehoof van en dacht ik had niet ob ik lewe wel ik dat zei dat ik kan je proben moet een gedicht schrijven zijn of wat die dat zei ook een beetje een kruif uit hier zit ook maar zo dat het is ik feil en ik wil van de en spreek met je dichte melken ik wil bloes zei God kan goven geven van wie die mietig genoeg zijn om die an dat voor zijn kruip was gekomen zijn wie alle waarin nee eind is een fout en eind is een nieuw wil kaas een fout nieuw verglicken dat is het nèchste ding wat ons trouble is dat wie glijven nee wannek is een gliet johan Jezus christus zijn kop waal hij moet du kruik zo'n gliet worden en weet je wat dat zo wat je denkt dan kan zijn wie dan charpa moet los hangen en wat wat dan passeren wie broek je nog nu en we broek je nu en dan broek ook nog feit door wie dat komt dan zacht die glieder waar dan zo weinigste weet sind ach wat mischt zo interessant wat gaat ola dat wo hij ans ding openboren kon wo dis charpa schofe kon waw is mul tied nema to dat ik wil je moe gleche te vrouwen wil je niet gleche moe al die gemeente trubels los te loot en wel licht te zijn en glied te zijn om charpa en an gemeenschap ha dat je alleen het is en door en weet je wat dat 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 je gemeente an strubel is krijgt dat wie dan mag moe ik wil glijge wannek de hand zie dan moet ik glijge bloes in zo gemeente zijn waar bloes hang zijn want dat kan ik me verstaan want die feit dat een blad ramb klien dat je wak nus ram om ik wad bloes glijge in hand te zijn en dat veel moet ons weg van denken over die glijder wat ons het jeringste schien te zijn die glijder wat wij denken wat het trubbel maak aan die gemeente tot en die wat ons het niet is te veel dat ons veel steden helpen doen dat bies wel tjewie dan wij gaan sprukken wie moet het dan verstaan dat mijn fout wordt ook geconnect met mijn verstaan mijn fout is ook een glied aan jesus christus in kap en dat dat reimer kapitel 14 daar we nog en deze stoppen wie dat van haar wat we met dat om gonne got het kreef jen die teufel is der die gemeente waar jesus christus het hoop is en weet je wat ik wens die kunnen june ene gemeente ik soll niet zijn june ene grob hoog schatzen op een moe klok dat june lewe met christus connected het door eind je dat schatzen weet dan kast u gans vrij dig naar den broder gonne wat u zits wat er zing het en help hem daaruit dat is die vred en die opgoed god wat die goven geven dat die doos niet staan in die oor hebben die broder dat die waren en alle dame had been is die kost die leid het nemen gode die gottes leid wies en halb hem daaruit Matthäus 18 dat is manchmal erklärt worden als die bestrafungskapitel der gemeinde die sind in reinigung so so and so we brekken noch ne gemeinde rein dat Matthäus kapitel 18 en weet wat dat meint Jezus is gekomen ons te raden dat is ook een farst doben dat is met je eier ver 18 hij asked die wat ons raden dat en dat is ons ziel aan dit te doen heb we nog glieder wat niet aan hoop aan sind je hebt het sind dat haf ne gemeinde glieder waar Christus niet het hoop is wie we ze jo jde gemeinde haft andere breiter andere zester back would dat gleich schmala to me ook nd to erklären en alle groep is zoon wat zacht niet dat die gemeinde gott is dat zijn zoon wat niet in onge prop zijn ik zei mei dat zijn plastik na apel want die angst je of best de bang must volle apel en dat weer dan plastik na onge hongen dat kan zoon wist op pakken wist op plak nam sch merkte en weet je dat waarom ik redde wofel van ons van de is en nou je merkte want die een christ wat anvertroen dan is de kost je verlooten op een nou gemak de christ kost niet truen en dat is mijn verlangen dat we kunnen wirklich chris te worden en dat ons leven met christus leeft wat sch we dat waren deris dem geloven dat chompt amma ware amma ware deris den geloven an den zijn goddes doormat waar we glieder an dem charpa wie geloven en weet je zo so go ans charpa want du anfangst te geloven dat de best van god je meldt dat funcioneert en die zo god die wel haar do fang dat aan te leven dan krijgst die connection met de war het do dat de strom anfangen te schoven en weet je wat ze kenne so go vingers on na en wat loos geweest en dan fange de ware an te functioneren wie et je had een soverino wat een kom ben de arm aft treed en de arm die wie ik weet niet wat wier 3 stunden los 4 stunden los en de vierde ze hem door aan en ze neem je vres arm en ze had acht dak dus gebroekt en ik lewe had die twaalf stunden schoft en die arm huilde aan die kan jeder vinger fijn functioneren alle je vele ben dat zijn mensen al maar niet ohne God help dat 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 kan geen mensen doen dat kan God doen en weet dat 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 met ons leven aan Christus wie worden geplant aan dat leven dat fangt dat te functioneren dat alle kreik se schaf dat is de Bibel sagt dat want we te zine gemeinde huren ik wens wie kunnen klar merken dat wie Christus as hapt teuren aan zine gemeinde en dat eerst hem aan zel schoven dat wie aan deze kop aan knackten